An neuen und gebrauchten BMW-Automobilen in Bayern. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem Stadtspaziergang, den Sie, wie Sie deutlich sehen, den wir heute im Sitzen veranstalten werden. Nicht nur, weil draußen ein richtiges wunderbares Scheißwetter ist, sondern weil wir auch viel tägliches Equipment haben, was ich nicht unbedingt rumschleppen möchte, aber was ziemlich wichtig ist, damit Sie verstehen, um was es heute geht. Also wir suchen, Florian König und ich, mein Gast heute, Probanden, Herr König. Menschen, die sich ihre Hände praktisch auf diese Hände hier drauflegen lassen. Kann man das mal so ganz primär mal so vorweg schicken, oder? Das stimmt ja, de facto. Wir wollen in den nächsten Wochen und Monaten versuchen, über eine wissenschaftlich begleitete Studie die Körperreaktion des Menschen auf Wetter einzufangen. Und nichts geht schöner als über die sensiblen äußeren Organe der Hände, die sogenannten Reflex-Endzonen. Sie kennen ja die traditionell chinesische Medizin und Akupunktur, dass man über diese Endpunkte in den Händen die Körperreaktion erfasst. Und man kann da Homöopathie und dergleichen mehr mit aufzeigen. Die Wirkung kann man mit diesen Händen natürlich auch hier die Körperreaktion auf unterschiedliche Wetterlagen erfassen. Und genau das ist der Ansatz, was hier praktisch mit einer Studie verfolgt werden soll. Der Herr König behauptet nämlich tatsächlich, Damen und Herren, ich habe es noch nicht überprüft, dass er mittels diesem Gerät hier dem menschlichen Körper das Gefühl geben kann, dass es wunderbares, tolles, fantastisches Wetter hat. Dieses kleine Gerät wird dann an den Hals getragen und es sendet etwas aus, was Sie vorher, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Atmosphäre aufzeichnen, nämlich Entladungen, Wellen, die entstehen, wenn es eben schönes Wetter ist, oder? Dieses Spherix. Ja, es ist in der Tat so. Jeder Mensch lernt in der Physik, dass letztendlich durch die Luftbewegung, durch Thermik, Raumladungszonen hin und her geschoben werden. Und bei sehr starken Winden, so wie zum Beispiel heute, ist eine sehr starke Spherix-Aktivität auch im Lande. Das sind Entladungen, die weltweit permanent abgehen. Und der bekannteste von diesen Entladungen ist natürlich der sichtbare Gewitterblitz. Aber wenn es bei schlechten Wetter so enorm oder so stark ist, dann müsste ich jetzt, wenn ich ein Schädenwetter habe, wo ich mich eigentlich in einen Raum zurückziehen, wo dann gar keine Entladungen sind, oder? Nein, das stimmt nicht. Es gibt sogenannte vertikal- und horizontale Entladungen. Und die kann man jederzeit auch hörbar oder messbar machen. Und das Interessante ist, dass neben den üblichen meteorologischen Daten eigentlich diese ganze Spherix-Entladungsgeschichte vergessen wurde, über Jahrzehnte hinweg. Obwohl sie eigentlich bei den Funkern ebenso über Jahrzehnte hinweg bekannt ist. Jeder kennt das früher unter unseren Jahrgängen, wenn man Mittelwelle und dergleichen mal angeschaltet hat und der Gewitter ist unterwegs gewesen, ein paar hundert Kilometer weg hat man es immer noch im Radiokrachen gehört. Das sind die Spherix. Was wir jetzt im Folgenden machen, wir machen jetzt eine kleine Pause und dann haben wir vor, einen Doppel, einen Versuch mit mir zu machen, nämlich wie mein Körper, also die elektrischen Ströme, meine Meridianen, sich daran gehen unterscheiden, ob jetzt dieses Gerät da eingeschaltet ist oder nicht. Und dann sehen wir ja, wie es auf mich wirkt, ob es auf mich wirkt. Da haben wir jetzt noch nichts gemacht. Ich wollte auch nicht das zu intensiv vorbereiten, weil eine gesunde Portion Mistralen ist nie verkehrt, wenn man auf so heute wieder einen König trifft. Also wir sehen uns gleich wieder. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Das Wetter wechselt schneller, als Sie denken. Wechseln auch Sie so schnell wie das Wetter. Montana, Ihr Anbieter für günstiges Heizöl und Erdgas in München und ganz Bayern.